Das macht Höllenlärm. Und der Typ dahinter ist weg. Nein, da springt schon wieder einer hin. Alles klar. Weg mit euch. Komm. Ah, cool. Meine Kollegen unterstützen mich. Das ist ja super. Oh, tut mir leid, Leute. Aber euch... Ich glaube, euch ist auch nichts passiert. Hoffe ich zumindest. Gut, dann geht's weiter. Keine Müdigkeit vortäuschen. Mayday, Mayday, die Alpha Patrol. Erbitten, sofortige Unterstützung. Hört uns jemand? Alpha, wenn ihr mich hört, wir sind unterwegs zu euch. Scheiße. Gott sei Dank. Ich... Ich glaube, Marzen ist tot. Sind sie verletzt? Ist noch jemand bei Ihnen? Wir sind zu viert. Alles okay, aber uns geht die Munition aus. Lang geht das nicht mehr, Ruth. Gut, haltet durch. Wir sind gleich da. Wie sieht's aus? Unsere Jungs sitzen im Rumpf fest. Marzen, verdammtes Ding. Die haben uns noch nicht entdeckt. Wir sollten Schalldämpfer nehmen. Gute Idee. Ja, und wie? Ah, mit C. Super. Hilfe. Alles klar, dann machen wir das doch gleich mal mit den Schalldämpfern weg. Weg. Ja, komm. Scheißdreck. Ich komm einfach nicht richtig hin hier. Das gibt's doch nicht. Ja, komm. Ducken, ducken. So, mit euch mache ich Dönerfleisch. Oh, scheiße, der soll hinter seiner Deckung raus. Da oben ist auch noch mal einer. Kommen die alle her. Alles klar. Danke, Kumpels. Dann kann ich endlich weiter. Kommt denn der Rest her? Oh, da oben ist noch einer. Boah, die sind ja echt zäh hier. Ja. Boah, lass mich laufen. Schöne Träume. Verschmur in der Hülle. Boah, da hinten ist auch noch einer. Boah, ich hoffe, der ist jetzt weg. Okay, hingeschossen wird immer noch. Ich hoffe, das kann doch nicht sein, oder? Aber bestimmt liegt da noch ein anderer. Ja. Da ist noch ein anderer. Na, komm. Einer weniger. Sauber. So, dann können wir weiter. Ach, 30 Meter. Ach, nein. Da habe ich nicht aufgepasst. Was für ein Scheiß. Ach, nein. Scheibengleis. Jetzt kann ich den ganzen Müll nochmal machen. Nicht zur Strafe, nur zur Übung. Aber was soll's. Ziel ist tot. Gut gestellt. Los, weiter, aber unauffällig. Da kommt einer mit einer Schrotflinte. Ich sag doch. Mach den weg. Mach den Typ weg. Weites Ziel. Eddie, die Ziel. Nein. Schalt ihn aus. Weil ich glaube, es läuft die Sache schneller. Oder auch nicht. Scheiße, wir sind unter schweren Beschuss. Das habe ich auch schon gesehen. Flugscheißer. Ausgeschaltet. Vorsicht. Schrotz mit dem Anmarsch. Aufpassen. Okay. Na komm schon. Boah, die Sicht ist echt miserabel. Ich kann hier fast nichts sehen. Ich muss, ich muss weiter. Oh, das war knapp. Das war knapp. Oh, Scheiße. Da kommt noch mehr aus dem Heck raus. Feucht es los. Wo ist denn jetzt der Rest hin? Da waren doch vorher viel mehr. Kollegen, mach keinen Scheiß. Na ja, wenn er vorgeht, dann habe ich da ja gar nichts dagegen. Okay, ich lade gerade mal kurz, hole ich mal kurz die M9. Ach, du Kacke. Die Waffe ist doch nicht so der Burner. Nehmen wir dann doch einen 9mm mit. Schrotflinten sind auch Kacke. Also hier haben wir bloß Scheißmaterial rumliegen. Ihr macht euch das ja easy. Jetzt mache ich das mir easy. Na, komm. Macht sie fertig. Alles klar. Ach, Scheiße. Das waren meine Kollegen. Haben wir alle Lappen? Oh, da hinten ist noch einer. Alles klar. Ach, du Scheiße. Unsere Kollegen. Scheiße. Begeiselnahme. Ruhig. Lassen Sie ihn gehen. Liegt näher, komm mit. Schnell jetzt, Walker. Mach was, Rock. Einer weniger. Gegner ist tot. Rettet. Alpha-Patrouille. Geschafft. Schnell sag was, Boss. Er stirbt uns. Wir helfen Ihnen. Halten Sie durch, ja? Lasst mich. Sie haben McPherson. Ihr müsst ihn finden. Klar. Aber Sie müssen mir sagen, wohin er gebracht wurde. Sie haben ihn ins Nest gebracht. Nest? Ins Nest, gut. Und was ist mit Conrad? Ist er am Leben? Ach, so eine Scheiße. Lugo, markier die Leichen auf dem Tag. Adams, such draußen nach Spuren. Ich möchte wissen, was in dieser Stadt los ist. Eine Menge Spuren Richtung Norden. Dann folgen wir Ihnen. Ich will ja nichts sagen. Aber das ist nicht direkt unsere Mission. Die wurde in dem Moment zur Rettungsaktion, als wir ermordete US-Soldaten gefunden haben. Befehlverweigerung, cool. Was sollen Befehle, wenn dadurch Kameraden sterben, Lugo? Wenn Conrad noch lebt, wovon ich ausgehe, würde er sicher dasselbe sagen. Hier enden die Spuren. Ist wohl das Nest. Sehr idyllisch. So postapokalyptisch. Nicht leichtsinnig werden. Begebt dich zum Nest. Und einen weiteren gekidnappt. Alles klar. Begeben wir uns auf die Wanderschaft. Die Düne. Kapitel 2. Vorsicht, die haben Wachen. Halte. Okay, ich sehe jetzt hier gerade keinen. Warte, muss ich nach da unten schauen. Ach, hier. Ah, okay. Auf dem Laufgang. Schalt ihn aus. Ich habe in die falsche Richtung geschaut. Nicht schlecht. Okay. Tasten wir uns langsam vor. Da ist auch jemand. Wir stehen unter Feuer. Sie haben uns entdeckt. Ich bin weg. Schabuck. Schabuck. Granaten. Jede Menge. Da legt wohl jemand Wintervorräte an. Drücke Kuh. Und halten. Granate werfen. Deckung! Puh. Gibt's dir Deckung? Gibt's dir Deckung? Korma an den Jörg? Der liegt kein Mordung. Oh, scheiße. In Deckung. Feuer eröffnen. Sie Schweine am Deckung. Erhalten. Rein mit der Granate. Ach, verdammter Scheiß. Waren es alle? Okay, das waren, glaube ich, alle. Ich höre noch irgendwelche. Das kann es nicht sein. Zeig dir, was du draufhörst, der Weg. Geht dir Deckung. Wer sagt, dass ich ein Wichser bin? Ich zeig's dir gleich. Weg mit deinem Scheiß-Arm oder was auch immer. Okay. Dann springen wir mal runter. Umschall und verspringen. Okay. Ach, kacke. Schon wieder einer. Nicht schon wieder einer. Nein, der Mg. Freiter Bogen. Magazin wechsel. Verdammter Scheiß. Wie so eine Mg. Ich hasse die. Wie die passt, ey. Außer ich schieße sie selber. Sagen wir mal, ich schieße mit ihr selber. Boah, jetzt muss ich echt aufpassen. Splittergranaten. Ja, wie werfe ich die nochmal? Braucht das so einen Umkreis, äh, Radius, äh. Dass ich die werfen kann, oder nicht? Scheiße. Ah, der ist weg. Ein Glück. Auf den Weg! Hey! Hört ihr auch Musik? Klappe und weiter kämpfen! Adios! Nein! Schauwuck, Schauwuck! Da kommt einer mit ne Schrotflinte! Der ist hin! Sie sind rechts! Und den Ball hat sich runter!